Guten Abend, Freunde. Wir beginnen den 15. Urok. Prokacke Jürgen Fischstein im Podcast A2-B1. Nämlich unsere Thema ist heute... Streit über Corona-Regeln Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter an. Der Grund? Die besonders ansteckende Form von der Omikron-Variante. Obwohl die Corona-Zahlen steigen, sollen viele Schutzmaßnahmen wegfallen. Das hatte die Bundesregierung schon lange entschieden. Darüber gibt es jetzt Streit. Geplant ist, dass viele Schutzmaßnahmen am 20. März wegfallen. In vielen Bundesländern müssen die Menschen dann zum Beispiel beim Einkaufen keine Masken mehr anziehen. Die Arbeitgeber müssen ihren Angestellten dann auch nicht mehr anbieten, von zu Hause aus zu arbeiten. Die Arbeit von zu Hause nennt man auch Homeoffice. Beim Bus- oder Bahnfahren müssen die Menschen weiterhin eine Maske tragen. Auch in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Schulen müssen die Menschen eine Maske tragen. Viele Ärzte und Unternehmensverbände halten die Lockerungen von den Regeln in der Corona-Pandemie für falsch. Sie sagen, in Krankenhäusern fehlen jetzt schon viele Beschäftigte wegen einer Corona-Erkrankung. Einige Bundesländer haben deshalb entschieden, bei uns gelten die Corona-Regeln weiter. Diese Bundesländer wollen eine Übergangsregelung. Bayern, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017